Guten Tag und herzlich willkommen in der Streckenzentrale von Trials Fusion. Ich habe mal eben die Suche ein bisschen genutzt, um auch mal andere Strecken zu finden, wie zum Beispiel Cosmopolis, eine sehr gut bewertete Strecke. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe auf Mittel gesetzt, damit wir auch schön durchkommen heute, damit wir ganz entspannt fahren können, damit ich währenddessen so ein bisschen relaxen kann, sage ich mal. Ich habe wenig geschlafen in der letzten Nacht, insofern brauche ich einfach was Ruhiges, was Entspanntes. Was, wo man nicht abnimmt. Das finde ich immer ganz gut. Das ist meistens so, wenn man Dinge tut, die dafür sorgen, dass man abnimmt, dann kann man nicht entspannen. Sei es Stress, sei es Sport. Nicht, dass ich was gegen Sport und Stress hätte, also gegen Stress schon, zumindest negativen Stress. Aber wie gesagt, heute mal ganz entspannt. Ganz locker und entspannt. Zack. Es gibt noch immer nichts Neues vom Multiplayer. Ich glaube halt tatsächlich, dass da wirklich nichts mehr kommt. Ich habe es ja in einem Special-Video schon gesagt. Aber gut, ich werde auf jeden Fall hier aus der Streckenzentrale noch ein bisschen die Scheiße rausspielen. Über die nächsten Wochen, solange es bei euch auch gut ankommt, ist doch alles entspannt. Möchte ich meinen. Zack. Das war es. Ja, das war ja okay. Nur die Silbermedaille ist auch okay. Jetzt nicht herausragend. Aber wie gesagt. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ob wir wieder in die Suche kommen. Nee. Doch. Kommen wir doch. Das ist gut. Fluxgenerica haben wir schon. Short Circuit haben wir schon. XP Track ist nicht gut bewertet. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. La-O-Dö. La-O. Wir nehmen 20 years. 20 years sieht richtig gut aus. Hier. Ich mag das, wenn der grüne Balken so weit geht. Wir müssen die Roche sogar nehmen. Dann nehmen wir einfach mal die Roche. Können wir richtig, jetzt hier ohne vom Gas zu gehen. Ich werde jetzt nicht vom Gas gehen. Ich gebe jetzt Vollspeed die ganze Zeit. Das ist glaube ich ein Fehler. Aber egal. Ich werde jetzt voll durchrasen hier. Natürlich ohne Fehler, ist ja klar. Genauso wie gerade auch. Ohne Fehler. Ah shit, das wird nichts mit... Ich bin vom Gas gegangen. Ich bin vom Gas gegangen. Ich... Ich habe es einfach nicht drauf. Ja, so. Ist halt nur eine mittlere und... Dementsprechend habe ich gedacht, ohne vom Gas zu gehen, geht klar. Das tut ich aber leider nicht. Da muss ich wohl doch ein bisschen... Hier vom Gas gehen zum Beispiel. Wenn ich hier voll drauf geblieben wäre, dann wäre ich auf jeden Fall weg gewesen. Manche Strecken sind halt so nicht möglich. Gut, die Strecke ist jetzt... Okay, aber auch nicht herausragend. Ja, naja. Na ja. Hm. Ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen runterwerten. Nicht, weil mir die Strecke nicht gefallen hat, sondern weil die Gesamtwertung einfach meiner Meinung nach zu gut ist. Ist das richtig? Macht man das so? Ich glaube, das macht man so eigentlich nicht, oder? Naja, was soll's. So, was haben wir noch so Schönes hier? Irgendwas gut bewertetes. Das ist ja alles nicht so pralle. Alphabet Run. Hatten wir den nicht schon? Ich meine... Moment. Den hatten wir schon. Also ich glaube, zumindest so was ähnliches schon gehabt zu haben. Sie mit Frauen, wa? Dass man sich auch... Ach, das ist... Nein, nein, nein. Arctic Surge haben wir schon. At the airport. Haben wir noch nicht. Arctic Acrobat ist aber besser bewertet. Also nennen wir Arctic Acrobat. Mal sehen, was ich so für ein Acrobat bin hier. Mit der Pit Viper ja sogar ein besserer als mit der Roche. Ich muss ja ehrlich gestehen, falls es nochmal einen Trials gibt, ein neues, mit ziemlicher Sicherheit gibt es nochmal ein neues, weil... Ups. Dieses Spiel ja schon ganz gut verkauft wird, sag ich mal. Ähm, beziehungsweise die Trials-Teile werden alle ganz gut verkauft. Falls es dann nochmal einen gibt, dann hoffe ich auch sehr, dass sie wieder den Multiplayer, den Online-Multiplayer einbauen. Das wäre sehr schön. An und für sich ist so ein Online-Multiplayer auch nicht so problematisch, behaupte ich einfach mal. Solange man dann das Matchmaking einigermaßen hinbekommt. Ah, ah, das war ein bisschen hoch. Vorsicht hier, so. Was? Das war's schon. Also irgendwie sind die komisch bewertet, die Strecken. Also bei so einer guten Bewertung habe ich jetzt aber bedeutend mehr erwartet. So, jetzt gucken wir mal noch was. Baustellen-Parcours. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Blimpsenshit. Blimpsenshit klingt schon mal ganz gut. Dann nehmen wir immer Blimpsenshit. 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 Ich würde es ganz gerne noch zehnmal sagen, aber ich glaube, dann geht es euch noch mehr auf den Sack als jetzt schon. Insofern lasse ich das gerade mal lieber. Ich will hier unterhalten und nicht auf den Sack gehen. Oh, okay, das war lov. Huh, okay. Oh, das ist ja mal jetzt schlecht. Nee. So vielleicht? Ja, schon eher. Okay. Okay, wie soll ich da? Wie soll ich da hinkommen? Komm schon, ja. Wow. Hallo? Okay. Ich sag mal so, der erste Sprung war gar nicht mal so einfach. Der hier ist dafür umso einfacher. Ah, nicht zu weit fliegen, nicht zu weit fliegen, nicht zu weit, nicht zu kurz fliegen, nicht zu kurz fliegen. Puh. Okay, die ist aber cool, die Strecke. Was muss ich hier tun? Das ist nicht richtig, oder? Ich glaube, das ist nicht richtig. Hä? Bitte was? Hä? Kann es sein, dass ich die Roach dafür brauche oder so? Dass es mit dem Ding hier nicht machbar ist? Hä? Ne. Niemals. Das schaffe ich niemals mit dem Ding. Oder muss ich einfach wieder rollen lassen? Mal gucken. Ja. Es ist immer wieder faszinierend. Wenn man kein Gas gibt, dann kommt man weiter. Oh, shit. Das ist ja mal witzig mal wieder. Wo muss ich hin? Ah, zu weit. Verdammt. Okay, nicht so viel Gas, nicht so viel Gas, nicht so schnell, nicht so schnell. Oop. Okay, jetzt dürfte ich eigentlich nicht zu schnell sein. Okay, ich bin doch zu schnell. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Wuhu. Was? Ne, ist ja sogar richtig. Hä? Hä? Na gut. Dann von mir aus auch so. So. Jetzt gib ihm. Jupp. Das reicht nicht. Ich muss mich rollen lassen. Ich muss mich auch hier rollen lassen. Darf ich eigentlich überhaupt noch irgendwann mal? Fuck, ey. Diese Strecke lässt mich einfach... Muss ich einfach nur rollen lassen die ganze Zeit? Liegt das im Bereich des Möglichen? So, Vorsicht, 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 Vorsicht. Rollen, 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 rollen. Nein. Das reicht immer eigentlich. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, wie. Hier mal ein bisschen mehr Speed drauf kriegen. Genau so. Jupp. Nein. Alter. Ich glaube ja, dass man tatsächlich hier mit der Roche besser dran wäre. Aber gut. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Es ist mir der Meinung nach auch mit der Pit Viper zu schaffen. Man muss nur hier den... Richtigen... Die richtige Traktion erwischen. Das war doof. Das war richtig schlecht. Wie soll's? Hm. Kurze Kniebeuge gemacht. Der Mann. Rollen lassen. Oh, ne. Jawoll. Das war wieder der Trick. Einfach nur rollen lassen. Okay, alles gut. Wir lassen mal wieder einfach nur rollen. Nein. Wieso denn? Das gibt es doch nicht. So. Jetzt nur nicht maulen da im Wasser. Pasalti können wir machen. Das war doof. Das war blöd. Das war richtig bekloppt. Ich lass mich jetzt einfach rollen. Ich mach jetzt einfach gar nichts. Das funktioniert sogar. Ne. Da funktioniert es leider nicht. Okay. Gut. Aber bis dahin ist es ja praktisch hier. Ich muss gar nichts machen. Kann mich entspannt zurücklehnen. So wie ich es halt heute machen wollte. Oh, das ist anders diesmal. Ich hab... Ich hab nichts anders gemacht. Okay. Das ist ja auch interessant. Gibt es hier Luftverhältnisse? Windverhältnisse oder sowas? Okay. Jetzt nur nicht hinmaulen. Jetzt nur nicht hinmaulen. Uh. Nein, 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 nein Okay, hier funktioniert es nur mit Rollen nicht. Hätte ich mir was denken können. Jetzt haben wir nicht... Doch, doch. Und... Ja. Das sind schöne Sprünge. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Ja. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, es passt. Alles gut. Ich würde ganz gerne an der Wand bleiben. Danke. Okay, ich habe irgendwie keinen Boost mehr. Ich fahre trotzdem hier noch steil hoch. Das ist gut. Das war cool. Das war ein richtig geiler Abschnitt. Den mochte ich sehr. Der war mir sehr sympathisch. So. Alter, wo muss ich hin? Okay. Die sieht ja irgendwie nicht so spektakulär aus. Aber vom Fahren her ist die Strecke richtig geil. Das macht richtig Spaß. Mit einem anderen Moppet wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, denke ich mal. Oh. Das war lov. Hier hätte ich Gas geben müssen. Oh, das passt sogar. Nee. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ah. Das tat weh. Mal wieder. So. Flup. Jawohl. Läuft einwandfrei. Die ist auch so schön lang, die Strecke. Ich mag es ja. In Trials Fusion gibt es so wenig richtig lange Strecken. In Trials Evolution gibt es da einige von. Aber hier, wie gesagt, irgendwie ja nicht so. Ui, 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 das ist aber auch ein langer Checkpoint hier. Mal schauen, wann ich das hinbekomme. So. Hier darf ich jetzt nicht mit dem Hinterreifen abheben. Ja, ja, ja. Genau so. Checkpoint. Bremsen. Ja, ja. Nein. Nein. Das ist ein anderer Salto hier, oder? Andere Looping. Ja. Äh. Hallo. Wo ist das? Ah. Das ist ja auch mal lustig. Sowas kann mir gerne öfter mal hier in so eine Strecke eingebaut werden. Einfach mal ein paar Loopings fahren zur Entspannung. Und Ziel. Wuhu. Zumindest die Brankse-Medaille. Brankse-Medaille bin ich mit zufrieden. Das war ja mal ganz schön. War so entspannt, wie ich es mir heute gewünscht habe. Wobei, nee, komm. Eine Technik. Eine Technik-Strecke muss noch. Eine Technik-Strecke muss definitiv noch. Machen wir mal ganz schnell. Komm, komm, komm. Hier, durch, hier, durch, hier, durch. Ich habe doch keine Zeit. So. Hallo? Zurück. Trials. Technik-Parcours. Mittel. Auswählen. Also, Mittel. Suchen. Da müssen wir hin. So. Ähm. Es ist jetzt irgendwie, sie haben wir schon. Balls. Balls haben wir auch schon. Cannonball-Long-Jump. Klingt jetzt nicht so toll. Gap the Bridge. Das sagt mir irgendwie was, aber... Hm. Auch sehr gut. Sphere-Unit. I-50. Die kennen wir natürlich. Symbol. Square Race. The Great Leap. Angel. Urban Circus. Hm. Haben wir alles schon, ne? Gibt es hier auch einfache? Mal gucken. Gibt es tatsächlich. Haben wir, haben wir, haben wir. Free Kick 2.0. Haben wir nicht letztens erst gemacht? Wir machen einfach mal Socker-Kick. Könnten wir aber auch schon gemacht haben, ne? Ich bin mir nicht so sicher. Wir gucken einfach mal. Ah, doch. Ich glaube, ja, 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 ja. Bin mir ziemlich sicher, das haben wir schon gemacht. Oder? Nee. Achso. Ha, Freunde. Ich würde einfach mal sagen... Das war gut. Möchte ich einfach mal sagen. Ich versuche mal nochmal, ob das jetzt ein Glück... Oh, das scheint tatsächlich Glück gewesen zu sein. Nee. Das ist ja easy. Das ist ja... Also. Das war jetzt ja wirklich ein bisschen sehr easy. So, haben wir da noch irgendwas anderes? Zwei Socker-Kick. Hier. Trickshot haben wir schon. Haben wir auch schon. Wir haben schon fast... Wir haben im Grunde genommen schon alle Technik-Parcours. Zum nächsten Mal suche ich mal ein paar Technik-Parcours raus. Parcours, Parcoursse. Wie auch immer. Und dann machen wir mal ein bisschen mehr Technik als Trials. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal hier in Trials Fusion. Bis dann und tschüss. Tschüss. Und dann und tschüss. Vielen Dank.